Amalia langscht. Nein, du bist schon nicht so gut. Ja? Amalia? Wie ist es hier? Halt doch, aber du musst dein Bein noch machen. Du hast zwei Beine. Und einen Stuhlkoch, der ist größer wie alle Beine. Ja, ja, ja. So, du war gar nicht, ne? Nein. Was heißt das? Nein. Nein.